BATZO BANG! Alright, wir hängen gerade ab bei Crucial Card Records. Wir nehmen unsere neue Scheibe auf, das ist auf der Ort, wo wir die legendäre Fast Food TV Show EP aufgenommen haben. Jetzt sind wir wieder am Start. The BATZ ARE BACK! Mit unserer neuen Scheibe Testosterone. Marco und Alex sind schon hart am arbeiten. Die Grumps werden rekordet. Wir sind zurück. Ja, das ist scheiße. Okay? Was ihr auf jeden Fall schaut, ist unser Video-Tagebuch. Im Studio-Aufenthalt. Stück für Stück. Ihr könnt es auf unserer Homepage auch nochmal nachlesen. Mit Bildern und dem ganzen Kram. Ja man! Die Runs sind in den Kasten! Im Studio-Aufenthalt. Was ist sie mit der R machines? Wie ist sie mit dem Kasten in der Rundeer derth Altatical? Im Studio-Aufenthalt. Es gibt eine . Im Studio-Aufenthalt. Im Studio-Aufenthalt. Im Studio-Aufthalt.